Staatspreis Erwachsenenbildung 2017 Nominiert als Erwachsenenbildnerin des Jahres Manuela Vollmann Seit 25 Jahren kämpft Manuela Vollmann als Geschäftsführerin von ABZ Austria für die Gleichstellung von Frauen und Männern in der Bildung und am Arbeitsmarkt, beispielsweise mit praxisnahen Bildungsprogrammen für den beruflichen Wiedereinstieg. Sie versteht, was die Zielgruppen brauchen und kombiniert diesen Bedarf geschickt mit den Interessen von Wirtschaft und Politik. Sie erkennt Trends und kann so auf aktuelle gesellschaftliche Entwicklungen reagieren. Sowohl in Österreich als auch auf europäischer Ebene bringt sie Erwachsenenbildung im Kontext von Gleichstellung in Programme und Projekte ein. Dabei liegt ihr Fokus stets auf der Ressourcenorientierung, wobei Talente, Kompetenzen und Potenziale von Personen im Vordergrund stehen. In jüngster Zeit engagiert sich Manuela Vollmann bei Projekten für geflüchtete Frauen. Bildungsberatung für junge Asylbewerberinnen in Wien und Niederösterreich oder der in Erstsprache der Frauen durchgeführte Kompetenzcheck für die berufliche Integration sind erfolgreiche Beispiele ihres Engagements. Bildungsberatung für足zulides Bildungsgereer Stand